Das Bundeskabinett berät derzeit die Eckdaten des Bundeshaushalts 2024 und des Finanzplanes 2027. Bis heute, 15. März, konnte dazu keine Einigkeit erzielt werden. Im Vorfeld der Aufstellungsberatungen hat der Bundesrechnungshof eine Stellungnahme abgegeben, in der er vor einem Kontrollverlust warnt und mahnt, die Schuldendynamik zu stoppen. Ich freue mich dazu, heute hier beim Wirtschaftsberat mit Professor Sinn sprechen zu können. Herr Professor Sinn, warum ist die Schuldendynamik so problematisch? Was macht die Tragfähigkeit der Bundesfinanzen so prekär? Warum brauchen wir die Schuldenbremse? Ja, es sind viele Fragen auf einmal. Also erstmal, der Bundesrechnungshof hat ja wirklich festgestellt, dass seit 2020 der Zuwachs der Bundesschulden und der Kreditermächtigung im Zuge dieser Sondervermögensgeschichte bei 850 Milliarden Euro liegt. Und das wäre ein Zuwachs der Bundesschulden um zwei Drittel von 1300 Milliarden Euro auf 2150 ungefähr. Das ist ein gewaltiger Zuwachs in dieser kurzen Zeit. Zwei Drittel dessen, was in der Geschichte der Bundesrepublik insgesamt an Schulden aufgenommen wurde, kamen in den letzten drei Jahren, eigentlich gut zwei Jahren hinzu durch diese Sondervermögen im Wesentlichen. Und das ist ein Umgehungstatbestand, sagt der Rechnungshof. Der Haushaltsplan des Bundes ist überhaupt nicht mehr relevant, um zu verstehen, wie der Staat sich finanziert. Das steht da ja alles gar nicht drin, weil das über diese Sondervermögen läuft. Und es sind ja auch keine Sondervermögen, sondern Sonderschulden. Es ist ja eine Begriffsverwirrung, die hier eingesetzt hat. Rechtlich okay, aber eigentlich eine Verdummdäubelung der Bürger, die ja denken, da würde jemand ein Sondervermögen zur Verfügung stellen. Die 850 Milliarden ist schon eine Hausnummer. Und da regt man sich beim Bundesrechnungshof zu Recht darüber auf. Und die Politik ist jetzt gut beraten, das ernst zu nehmen. Und mit dieser Schuldenmacherei aufzuhören. Warum ist das schlimm? Es ist schlimm, weil es zukünftige Generationen belastet. Der Rechnungshof bringt hier das Beispiel eines 13-jährigen Kindes, dass also dann Zeit seines Lebens, wenn es erwachsen ist, bis es in den 50ern seines Lebens ist, wir tilgen müssen an diesen Sondervermögen, die wir hier aufgenommen haben, statt also Steuern zu erheben. Das wäre die Alternative. Vielen Dank. Sie haben ein Thema schon angesprochen, die Sondervermögen. Der Bundesrechnungshof warnt explizit davor. Was ist denn so richtig problematisch an diesem Weg der Sondervermögen? Wir brauchen einerseits die Investitionen für Bundeswehr und anderes. Was macht die wirklich so problematisch? Man kann ja Schulden nicht begründen mit irgendwelchen Ausgaben, die sinnvoll sind. Man kann ja diese Ausgaben dann durch Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen an anderer Stelle finanzieren. Das hat ja mit der Schuldenproblematik gar nichts zu tun im Kern. Schulden sind eben eine Belastung zukünftiger Generationen, das sagte ich schon. Und sie sind in der heutigen Situation vor allem inflationär. Denn wenn man Steuern erhebt als Staat, dann nimmt man jemanden in Kaufkraft weg und gibt sie anderswohin, wo immer man dieses Geld ausgibt. Wenn man aber Schulden macht, dann wird scheinbar niemandem Kaufkraft weggenommen. Es wird nur jemandem Kaufkraft gegeben. Die Kaufkraft steigt, die Nachfrage steigt, die Inflation wird angeheizt. Und da gibt es natürlich dann auch Leute, die betroffen sind. Aber die sind diffus im Nebel der Inflation irgendwo. Das sind die Kleinsparer, die ihre Lebensversicherungsverträge haben, die erodieren, die Sparbücher haben, die ihren Wert verlieren. Und gerade jene Bevölkerungsschichten, die am wenigsten hier eigentlich Lasten tragen können, werden durch eine Inflation belastet. Und das macht das Ganze außerordentlich problematisch. Es geht bei diesen ganzen Debatten auch um die Frage, wie schaffen wir eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft? Wie sichern wir nachhaltig Wohlstand? Wie sichern wir nachhaltig Beschäftigung? Wie schaffen wir die Balance, den Spagat zwischen Haushaltsengpässen einerseits und notwendigen Zukunftsinvestitionen andererseits? Hat damit überhaupt nichts zu tun. Das sind eigentlich nur propagandistische Äußerungen der Politik. Die Zukunftsinvestitionen muss man machen. Aber der liebe Gott gibt uns hier keine Mittel. Die Mittel müssen wir anderswo abknapsen. Da muss man also Ross und Reiter nennen und sagen, du kriegst jetzt nicht mehr so viel vom Staat, weil wir wichtigere Aufgaben haben. Man kann nicht so tun, als würde also das Geld auf den Bäumen wachsen. Und man könnte also mit Schulden sich da beliebig bedienen. Zumal diese Schuldpapiere ja in der Vergangenheit auch großen Teils aus der Druckerpresse des Notenbanksystems kamen. Denn die staatlichen Schuldpapiere wurden postwendend in den verschiedenen Ländern Europas, so auch in Deutschland, von den jeweiligen Notenbanken mit frisch gedrucktem Geld gekauft. Das geht doch nicht, diese Art von Schuldenfinanzierung ist inflationär. Die können wir nicht fortsetzen. Aber dafür sind ganz herzlichen Dank für diese klare Analyse und diese klaren Worte. Dankeschön. Gerne.